Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo Leute, ich bin herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, am letzten Mal haben wir ein Fironis-Wrack wiederhergestellt. Die Sachen darüber eingesammelt haben im Gefängnislager, also mittlerweile nennen wir es einfach Kolonie Zero. Äh, denen geholfen, können aber gerade nicht sonderlich viel machen, also zumindest ist dort keine weitere Nebenquest. Deswegen sind wir jetzt hier beim Restpunkt des City-Lagers, wo wir uns jetzt heute Gondors Helden-Mission geben. Dafür packe ich mich jetzt direkt aus dem Bild und ich würde sagen, let's go. Amen. 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 Sie hat ihre eigenen Probleme, ne? Ach, das ist die Nebenhandlung zu Senna. Ich dachte, das wäre die Heldenmission zu Gondor. Okay, dann haben wir eine Nebenhandlung. Das Gespräch hier können wir uns eigentlich auch direkt gönnen, wenn wir eh schon hier sind. Hey, also können wir sprechen? Ach, die, äh, die Kleine, der wir geholfen hatten, um die geht es. Die, die keine Freunde hat, aber immer welche haben wollte und dann über Rätsel welche gefunden hat. Ach, lass die Kinder doch ihren Spaß haben. Das sind kleine Schlawiner, die haben immer Unfug vor. Ist das auch nochmal eine Nebenquest? Das ist doch ein Hinweis. Rebellyplatz. In den anderen Gesprächen habe ich die Anzahl nicht für... Rebellyplatz ist vorbei. Oh, das ist so, wie sie es machen. Der Rebellyplatz? Ach, tatsächlich. Da ist wirklich eine Nebenquest. Das war ja der Platz da hinten. Spielen die Fang mit uns? Interessant, dass es eine Nebenquest ausgelöst hat, das Gespräch gerade eben, obwohl das Symbol nicht dran hing. Das nennt man fangen. Aber die Kleinen müssen sich gejagt fühlen. Der Plan der Kinder. Wir waren aber zuerst die Heldenmission. Dafür müssen wir zum großen Schwert. Oh, die stehen eigentlich einfach alle hier vor. Level 51er. Na gut, die haben wir schnell tot. Ja, Job ist gut. Sieht ein bisschen schlappdash, wenn du mich fragen willst. Sieht ein bisschen schlappdash, wie ich. Aber es wird gut, genug zu halten, zumindest zu halten. Noah, du kannst die Stadt erzählen. Das wird gut. 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 Ich bin ein Kandidat. 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 Das ist... Das ist... Ich bin ein Kandidat. 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 Shania. Sana. Ich wusste es. Ich habe das gemacht. Aber noch nicht. Ich konnte nicht... Sana. Sie wollen es durchsehen, nicht wahr? Oh, Mimi... Wir haben deine Brücke, okay? Komm schon, gehen wir. Ich muss das machen, ich versuche. Ich versuche das, auf meine Leben. Es wird fertig sein. Geh die Fahrgarten! Geh uns in die Stadt! Mom! Gondor, geh uns mit dir. Senna, du sicher? Sie ist Mobius, dann müssen wir mit dir gehen. Das ist Shania. Du bist mit dir? Ein Freund von uns wurde Mobius, auch. Aber trotzdem, wir haben uns mit dem Begriff. Ich habe nie gehört. Real tough cookies, nicht wahr? Speak für dich selbst, so schwer wie die Hände. Du kannst immer wieder zurückkommen. Last chance. Nein, das ist okay. Ich werde das tun. Okay, dann. Move es! Get your asses auf die Bühne, und wir müssen loslegen! Shanae? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist noch warm. Hey, Leute, sie sind noch alive! Sie sind sicher? Sie sind sicher, sie ist richtig. Insofern, ihre Vitals sind gut. Ich kann sie sehen, sie zu spüren, sehr schmerzhaft. Vielleicht ist sie noch Zeit. Hurry! Warum ist sie so ein Ding? Also die Kraft von Schneider ist auf jeden Fall beunruhigend. Ich ignoriere die Maschinengrad mit Absicht. Ich würde gerade kurz fragen, ob diese Maschine gegen mich ist. Könne ich da überhaupt helfen? Scheinbar nicht. Ey, das ist dasselbe halt wie mit Möbius N., ne? Der war ja auch hier von den Verbanden. Äh, von den Verlorenen. Und hat sich dann gegen sie gewandt und hier einmal alles in Schutt und Asche gelegt. Mutter! Du hast sie auch gehört. Shinoja. Was denkst du, Gondor? Ist das nicht ein Werk der Kunst? Shinoja. Did you do this? Tell me! Being Möbius. It's just incredible. Excuse me? I have control. Just look. I can freeze everything in its place. Humans and objects. Exactly like a painting on a canvas. That's it. That's why he made everyone stop. I even have the power to stop the very flow of air itself. What do you think might happen if I do that? You dare. It's a real sight to behold, eh, Gondor? A vivid blood reds. Shinoja. That's right. You just keep on glaring. Enjoy cursing your own helplessness. You just keep on glaring. You just keep on glaring. You can't move. uns. Wir haben viel schlimmer als das. Du musst diese Leute frei machen. Shania! Wie wie du in der Kastel gemacht hast. Oh, diese Uruboros sind wirklich infuriating, kleine Weevils. Und zwar, du hast du hell lange versucht zu sein? Was ist mit deinem Traum? Wie hell. Ich sagte, ich will es weg. Es ist alles in der Brüste. Deine Leben ist dieses Welt. Ich sage sie. Wenn Really das WeltiaORT ist, warum versucht ihr es selbst selbstverschirtt? Verzehe mit eigenen Begang! Ich versuchte, ich werdedem alles letzte Thema. Du kannst es anders machen. Es gibt noch eine Art Art Berheo. Und damit, die Welt zerrens rechts. Es verändert Ewptureenk, Du hast es schnell von professores Eckart, Senna, bett life's been cushy for you. Get off your high horse! You've got it all wrong. All I'm trying to say is... I'm not the same as you. We're nothing alike. And that's why you became Mobius? Afraid it was a waste of effort. You're still nowhere near our equal. What? Couldn't live up to house fandom, could ya? Yeah, we were gifted. House Vreed couldn't hold a candle to us. So, you admit it then? If that's what you want to think, then bring it. I'll show you what's different, once you get a taste of my fists. Or are you gonna wimp hands? Lose this one, and you won't have anywhere left to call home. Gondor? Naja, das wird dein Ende. Diesmal wirklich. Ekelhaft. Warum kann Lance sich noch bewegen? Das ist ja ihre Kraft. Die kann, äh, Sachen einfrieren lassen. Das hilft ihr aber nur geringfügig, dass sie weniger Schaden kriegt, wenn ich das richtig sehe. Sie selber hat nämlich gar nicht angegriffen. Das ist ja nicht so krass ausgenutzt. Das ist ja nicht so krass ausgenutzt. ich fliege nicht gerne in der luft um danke naja das wird nicht gut für die jenten überhaupt nicht ich wollte gerade auf thion und uni wechseln man ein bisschen mehr die heiltechniken von denen durchzukloppen du kriegst jetzt eine anguskette ab mädel jetzt gibt's dresche die anguskette ist rum und wie es was dummes aufgefallen als ich die anguskette hatte ich habe bei allen leuten keinen einzigen darunter der schwanken dabei hat ich konnte das eher weniger gerade ausnutzen mir hat das schwanken gefehlt ja ja die ist ja gleich sowieso redner nachkommen ich kann sich gar keiner von uns bewegen na gut die geht jetzt aber höchstwahrscheinlich drauf doch jetzt hat sie einmal schwanken ok schnitzel 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 we schnitzel ich kann sie ich If I screw this one up, there's no place for me left in this world! How do you still not get the message? Well, how...how did...I...I'm Mobius...Gondor...I did it...I really became...Mobius... I thought I told you... Your calling, it isn't this stuff... Oh, didn't know you could paint like that! No, this isn't... Come on, show me some more! Ooh! Hey, this is your dad, right? Ha! And this one's my stinky old man, eh? It looks just like him! You're bloody good! But why them? Cause...I wanna be like them someday... Protecting the city... Everyone looking up to me... That your dream? Not sure you need to be worrying about something like that! Huh? They're just a bunch of old fogies! Just be true to yourself! Bet none of those farts could make art like this! This should be your calling! This should be your calling! Same as...with Yoren! You're saying that now? No one...not even once... Has ever expected that from me! Huh? You sure about that? Cause I know someone! You were wanted! Is that Titania's gun, Shania? Yeah... She's not around anymore... I have to do what I can! Shania... Put it down! Huh? Put the gun down! Uh...okay... Wouldn't you...prefer something a little more like this? Huh? Pa... Daddy just...wants to see his daughter enjoying doing the things she loves the most! Papa... Go on... Hey... Hm? You... Hate it, right? Your name... Why... Why not ditch it? I... Like that's an option... Much as I whine about it... It makes me feel connected... Wherever I am... It's special... Because it's the name she gave me... Kinda the same as your talent... Sounds nice... And I like it... valuing... I like it... You... If I can... And I... You... You... Know... Being... Do... You... What are... Wir machen diesen Welt, uns selbst, wir machen es real. Oh du stop, you're wasting your time with that, huh? Huh? Wie lange wird dein Name von unserer Familie durch die Mord? So hat sie ihren Ende als Mobius. Bitte. Wie ein schreckliches Kind. Soll das wieder! M-Monika? Was jetzt? Oh! Ich dachte, vielleicht... ... die Eltern wären mit ihren Kindern irgendwie. Wie die Wärmste, die wir fühlen würden, durch ihre Leben gehen. Ich dachte... ... das wäre die Antworten, die wir schauen. Es ist eine Illusion. Es ist ein Fakt der Leben, dass das Kind von der Parent ist. Aber das ist alles. Also, alles, was wir versuchen, zu erreichen... ... ist das eine Illusion, auch? Es ist alles... ... eine große Lie? Sinner. Whether it ends in a lie or not is up to you. We all have to crawl face down in the mud, believing we'll come out smiling. Mother. ... 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 mal hier oben den schrank mal auf und bei nur können wir auch noch was aufbessern ich glaube ich eine aufbessung von dem als schon habe diese mega drehung da warte ich noch diese fünf punkte ab es ist nicht ist keine aufwertung ist eine aufwertung von dem angriff na gut die nebenquests haben wir hinter uns sie sieht in die karte aus ist es mit einem nebenquests die ich schon ausgestattet habe verbunden scheinbar nicht also hier habe ich ein bisschen was zu tun ja beim nächsten mal haben wir hier dann in der city ein bisschen zu tun ich hoffe ihr hattet alle spaß beim zusehen leute wenn ja das ist ein abo und ein like da und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder dann gehen wir ein bisschen die nebenquests hier in der city an bis dahin sage ich auch mal ciao und bis dann